Norddeutscher Rundfunk 2021 Sehen wir Duell. Wer von euch beiden ist ordentlicher? Okay, da seid ihr gegensätzlicher, gegenteiliger Meinung. Hä, wieso? Guck mal, wie ordentlich so ist mit Salat und so. Guck mal, bei mir geht alles drauf und rein. Nein, wer von euch beiden ist denn der bessere Autofahrer? Boah, gar nicht sicher. Also, da gibt es keine Zweifel. Nein, wenn du jetzt lügst. Das ist recht, das ist recht. Wer von euch erzählt die besseren Witze? Okay, diesmal seid ihr euch nicht einig. Aber du hast es verstanden. Wer ist länger wach? Boah. Boah. Ey. Boah. Wir warten auf deine Antwort. Komm, mach mal. Seid ihr euch nicht einig, Wout, sag, du bist länger wach. Ah, das wollte ich machen. Ja, mach das dann. Wer ist der größere Frauen-Schwarm? Blut, wenn du willst. Komm, damit du einen Punkt kriegst. Ja, da seid ihr euch einig. Also, wenn du den NATO der Frauen sparst. So, wer hat mehr Fans auf Instagram? Boah. Deswegen sag ich ja, push mich mal, Alter. Wir sind dabei. Wir markieren uns auf jedem Foto gegenseitig. Wer ist der pünktlichere von euch beiden? Ja, aber... Wieder kein Punkt für euch. Wir sind ja beide pünktlich. Ja, aber ich hole die schon immer ab. Ja, dann bin ich ja pünktlich. Dann bin ich ja pünktlich. Nein, ich bin ja pünktlicher bei dir. Wer von euch beiden sieht besser aus? Baut, sieht besser aus. Das hatten wir noch nie, dass ihr euch einig seid. Schaack! Wir gehen nur um die Punkte. Nein, er kann das nicht machen. Das kann er nicht. Wenn er weiß hält, dann hat er es nicht verstanden. Er hält nicht weiß. Ach so, dann ist das. Dann ist das. Also, kann ich die Antwort noch mal haben? Wer ist die größere Drama-Queen? Ja, perfekt. Ihr seid euch einig. Wer von euch beiden sieht besser aus? Das muss ganz schnell kommen, Robin. Aber ganz schnell, ey. Aber ganz schnell, ey. So leider kein Punkt für euch. So? Hast du Lügen gemacht? Natürlich, Juli. Wer von euch beiden isst mehr? Ist mehr? Das ist klar. Warum? Allein wegen der Größe. Ein LKW verbraucht mehr als ein PKW. Wer von euch beiden hängt mehr an seinem Heimatland? Boah. Ey. Punkt für euch. Was machen wir hier? Guts, Mann. Hey, hey. Ruhi. Ich dachte nur, wir hatten das. Du wirst mir wieder anschreien, ey. Ich hätte euch schon noch gesagt, was ihr habt. Ich würde nur jubeln. Mann. Wow, man. Wir sind toll, wir haben am Dirk. Bis zum nächsten Mal. throne, ein Tag. Wir sind bei der Gute. Wir sind bei der Gute. Als sie fragen, was ihr ist. Wir sind bei der Gute. Bis zum nächsten Mal.